Willkommen auf der Harmony of the Seas. Der Name des beeindruckenden Schiffs passt ideal für eine traumhafte Kreuzfahrt. Das weitläufige Pooldeck verwöhnt groß und klein mit Attraktionen der Superlative. Als Feinschmecker werden Sie sich in den ausgezeichneten Restaurants wohlfühlen. Es verwöhnen Sie zu vorkommender Service und exquisite Speisen. Das einfallsreiche Showprogramm wird auch Sie begeistern. Besonders spektakulär ist die große Eisrevue. Wählen Sie aus dem Angebot an komfortablen Kabinen und Suiten ganz nach Ihren Vorlieben aus. So mancher Fernblick bleibt unvergesslich. Genießen Sie jeden Urlaubsmoment auf der Harmony of the Seas.